Vorsicht! Naja, ich werde diesen Shitstorm in Kauf nehmen. Jetzt ist es sowieso schon zu spät. Oder, wie ging das noch? Wir kennen das ja aus The Witcher. Ihr habt nichts gesehen! Böser, großer Voodoo-Zauber. So, wieso kann ich da nicht? Ach, war ich hier so ein... Oh nein, nicht die gespielenden Zarax. Die haben mir im Spalt schon alles versaut. Außerdem brauche ich kein anderes Vibesbild, was mir die Schau stiehlt. Todesschlag! Was nützt eigentlich der Todesschlag, wenn fast jeder Schlag von mir... Fast den normalen Schlag... ...genauso stark ist. Knochendieb. So. Der Knochendieb sollte wohl eher Gesichter stehlen, wenn ich mir die Hackfresse ansehe. Ich habe Erfahrungspunkte erhalten. Das ist schön. So, wir werden jetzt das Feld von hinten aufräumen. Die sind überhaupt keine Herausforderung. Schützen. Kämpferin. Hexer Darko. Erinnert mich immer an den Film, Donnie da. Das hat eine Bedeutung im Rätsel. Natürlich hat es eine Bedeutung. Jeder Dummkopf sieht das. Die Rune befiehlt zu Befehl. Auf mein Befehl. Wie kann jemand wie der Maskierte, der einen total genialen Masterplan hat, eigentlich so... ...total verdummt sein? Meine Macht für die Hörer. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist total out of character, aber gut. Mein einzelner Prinzess. Dürfte bald auftauchen. Reiser. Es war eigentlich immer mein... Es war immer mein Traum. Eine eigene Armee der Eisernen. Wer hätte das gedacht, mein Freund? Obvious, Trove is obvious. Nein, es war immer mein Traum, eine eigene Armee der Eisernen im Grunde... Schäler. Das ist ekelhaft. ...zu führen. Und quasi die Eisernen als Rasse zu spielen. Aber irgendwie... ...zu eurem Verstand. Schließt die Reihen. Die Lebenskraft eines Helden verhindert... Bleibt da stehen. Schön. So. Gehen wir einmal hier durch. Ich könnte jetzt natürlich jeden einzelnen Mob killen. Das ist mir aber alles irgendwie zur Umstände. Vor allen Dingen bringt das nichts. Fleischjäger. Na, kommt ihr nicht klar hier? Schwarze Essenz. Schaduin. Ich mochte den Dunkelelfen immer. Ach. Dämonen. Zum Glück nur niedere Dämonen. So, hier haben wir überall... ...überall viel Zeugs. Es ist unglaublich. Kämpf. Schließt die Reihen. Ja, vorwärts. Überall scheiße. Gütige Seele. Okay. Man könnte meinen, wir sind hier bei der Nationalversammlung der... Oh mein Gott. Haut ab. Nationalversammlung der Zeugen von Jehova. Ja, die gespielt in Zara. Das könnte erledigen. Den Fial Dark wollte ich jetzt natürlich nicht anlocken. Aber das ist trotzdem passiert. Verschlinger. Auch an dich. Habe ich keine gute Erinnerung. Steh bereit. Alles klar. So, ich bin dafür, dass wir einfach mal andersrum jetzt gehen. Wird sofort ausgeführt. Wir gehen einfach mal hier rum. Das führt doch irgendwo... Führt hier nach oben. Auf dem Weg. Wir greifen jetzt die an. Auf mein Gefühl. So, ihr beide kümmert euch mal um die Truhe. Einfach alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Eine gütige Seele. Hat sie ein Quest für mich? Das sieht ja fast so aus. Was haben wir hier noch für eine Seele? Eine geschickte Seele. Ich habe gerade irgendeine Tür gehört. Das war wahrscheinlich die Tür zum Wahnsinn. So, wir spielen in Zara. Die dürften eigentlich ordentlich Erfahrung bringen. Aber gut. Ich habe fast schon gedacht, dass Blondie hier nicht ordentlich aufsteigen wird. Aber gut. Blondie hat ein... Wald ist halt einiges voraus. Kein sicherer Angriff. Und wir reden hier nicht über einige gewisse weibliche Vorzüge, sondern über wirklich elementare Dinge. Für die Freiheit. Schmerz. Sie sind überall. Auf mein Kommandant. Bringen wir uns zu Ende. Abhängen. Folgt mir. Rüstung der Ordenshütte. Sofort. So. Als nächstes kümmern wir uns um diesen Spawnpunkt. Ja. Zu Befehl. Wen lasse ich denn mal hier stehen? Schickt sie zum Seelenfluss. Was wünscht ihr denn das? Ja, gut. Die Lebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen kann. Finstern. Aura des Lebens raus. Aua. Mensch, da muss ich ja doch ganz schön aufpassen. Wir werden mir jetzt beinahe abgekackt. So, reden wir mit der gütigen Seele. Schenkt Gnade, Abenteurer. Dunkle Magie bindet mich an diesen Ort und ich vermag die Bande nicht zu brechen. Steht mir bei. Und ich will meine Kraft in eure Dienste stellen. Was muss ich tun? Was muss ich tun, um euch zu erlösen? Bringt meine Seele zu dem Grabmal, das meine guten Kameraden für mich errichtet haben. Weit im Osten. Dort, wo ich damals der Finsternis erlag. Aber passt auf. Der Fial Dark wird versuchen, uns daran zu hindern. Ihr werdet ihm gegenübertreten müssen. Ich werde euch meine heilenden Kräfte zur Verfügung stellen, bis wir meine Ruhestadt erreicht haben. Bitte, Freund. Gewährt einer verlorenen Seele diese Gnade. What the hell? Und los! Weit im Osten, sagte sie. Ich nehme fast an, dass es hier ist. Und wir können sie sogar als Einheit steuern. So. Wie der Schütze back hier. Ich nehme die beiden mit. Beziehungsweise die einen. Für die Ruhne! Ich denke, hier ist irgendwo ein Abgang. Oh Gott, hier sind so viele Seelenfelsen. Das ist aber gar nicht schlecht. Auf mein Zeichen. Schnell! Sofort! So, bei ihr handelt es sich offenbar um eine Druiden. Um Heilerin. So viel Zombies. So, zu zweit. Sollten wir eigentlich weit kommen. Bereit. Wir gehen mal diesen Weg. Der erscheint mir kürzer. Bringen wir es zu Ende. Du darfst nicht sterben. Ich habe Sorge, dass du stirbst. Du darfst nicht sterben. Nein! Sie sind übel! Skelettschlachter.